fast durchgängig und jetzt hoffe ich einfach mal dass das nicht überläuft überlaufen überlaufen gehen die glück und ich glaube ich nicht aber ich habe so viel Lava was nicht nicht die ganze Zeit benutzt wird weißt du jetzt denke ich mir einfach bräuchte noch mal alles die ganzen Geo Thema Generator noch mal damit die heute genutzt wird anhand nein guck' ich nicht ran na schaff ich jetzt das 2 gegen 1 da ne ich werd' dich nicht schaffen es ist Lava da waren diese Geo Thema Generatoren nicht nach so weil der die ganze erste Lava abfängt natürlich wenn der Tank hier leer ist dann kann ich auch die die sich immer unterbrechen weil ich dann der Meinung bin dass es dann das ist aber da wird die letzte Dinge müssen erst mal auf 100% laufen dann dann glaube ich geht das echt vielleicht muss ich dann immer echt sogar noch mal ein Ender Tank bauen und noch mal eine Pumpe und alles unten im Netherbound weil oh den ich mein von den Tanky haha keiner von den baut gegen AP seid Idioten aber jetzt bräuchte ich wieder aber jetzt bräuchte ich wieder Uru Meta und Uru Meta brauche ich mich wahrscheinlich keine Sachen mit drin aber klar ich brauche Uru Meta ich brauche Uru Meta das ist die Frage lohnt sich noch ein Recycler zu wollen du musst halt zum Maul du musst halt zum Maul halt einfach dein scheiß Maul ich glaube ich muss erstmal ein bisschen rum gehen irgendwas ich glaube ich muss erstmal ein bisschen rum gehen was anderes machen also kann ich mein Quantum-Street-Kram erstmal hier vergessen ich meine hatte ich hier auch irgendwo ein Chunk-Loder hingestellt damit der Chunk-Loder immer aktiv bleibt oder bleibt er generell immer aktiv das weiß ich nicht ein Chunk-Loder? mal geil ja ich habe im Nether zwei Chunk-Loder damit die Pumpe durchgängig Lava-Pumpt zum Beispiel gut die Quarry wenn du die platziert bleibt der Chunk ja von automatisch immer aktiv echt? ja da brauchst du keinen Chunk-Loder extra bauen deswegen kann es auch sein dass wenn du ganz viele große Quarry-Set baust dass dein Server anfängt zu lecken wenn du einen Server hast halt oder halt dein PC ja Mann jetzt verrückt nur noch im laufenden Band oder was? ja oder wo kann ich noch was fliegt? Quatsch Quatsch rubber der echt nicht das rubber das kann ich bauen rubber hab ich jetzt echt genug für 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 Geld über für um bruchte laputron kristus schon mal also so feind den kreis herrn der gute alte kohle eiligen kohle quasi, aber... Nee, das wollte ich nicht, brennt das. Oh, halt, jetzt hab ich genau mein Redstone aufgebraucht. Bitte, Crowley, komm irgendwann mal unten an. Krieg ich übrigens auch Diamanten und Redstone und sowas. Ja, wenn die Crowley unten ankommt, dann kommen die geilen Sachen. Ich hab, ich mein, das ist 64x64, wenn Jonas... Da wird schon einiges bei rumkommen. Im Moment ist es aber gut, dass die Tin-Höhe erreicht ist. Jetzt krieg ich ganz viel Tin. Und Iron vor allen Dingen die ganze Zeit, sowieso schon. Irgendwie, Jonas, ich guck alle paar Sekunden rein und da sind wieder 20 neue Tin... Äh, nicht Tin, sondern 20 neue Iron und sowas drin. Und dann nehm ich sie raus und dann guck ich irgendwie nach einer halben Stunde wieder rein, dann sind da wieder 2460er Stacks manchmal drin und sowas. Das ist echt ziemlich geil. So, was hab ich jetzt ja da reingetan. Fuck. Alter. Ich hab das gerade thrown. So. Warte, was... Wollen wir noch mehr? Na, weniger. Wird nichts, aber... Das ist genauso... ...schwer, zu sein, für zu bauen. Das geht auch noch... ...klar... ...los. Das geht auch noch klar. Wir brauchen nur genug Diamanten hier. ...mattern natürlich auch, um das ganze Iridium zu bauen, aber... ...das heißt, das kann ich eigentlich alles für später benutzen. Reicht das. So, das heißt, wir befinden nur noch zwei Iridium Plates. ...die ist die doch so, ne? Vielleicht kann ich nur noch was im Metal erwarten. Mein Juju-Matter oder... ...wie ich auch so... ...oder ever. ...als ich... ...wie ich auch immer nennen will. Alter, wie mein Team das gerade flow. Wie soll ich das denn hier ab? ...undes von... ...fuck, Alter. ...ä? ... ... ... ... ... das ok hier mit rein dann Knochen sanieren was ist eigentlich ein Compressant Coldball das Prozent das war jetzt das kann ich in den Mülleimer quasi dann ab eu Vielen Dank.